Warum findest du Hammerhead eigentlich so scheiße? Ich finde eigentlich nur den Tobias scheiße. Nein, ich fände Hammerhead nicht wirklich scheiße. Es ist eine Band, die mich einfach über die Jahre... Ich konnte nie wirklich die Begeisterung nachvollziehen, die eine ganze Menge Leute für diese Band verspürt haben. Diese sind beinahe schon kultische Verehrungen für Hammerhead.